Yo Leute, was geht ab? Der Beißer ist am Start für euch! Willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin hier gerade unterwegs auf einer fahrenden Bierkiste. 125 Kubik, fährt 85 kmh, glaube ich. Ist auf jeden Fall ziemlich der Spaßfaktor. So, es gab tausende Fragen. Okay, das ist ein bisschen übertrieben, aber es gab wirklich sehr, 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 sehr viele Fragen, warum ich kein Video mehr hochlade in letzter Zeit, ob ich aufgehört habe, was mit mir los ist und dazu will ich mich kurz rechtfertigen. Ich hatte in letzter Zeit einfach mega viel zu tun, also wirklich sehr, sehr viel und YouTube war für mich immer nur ein Hobby. Mir hat es wirklich Spaß gemacht, euch zu unterhalten, aber wenn es, ich sag mal, wichtigere Dinge gibt, dann muss man halt mal mit seinem Hobby pausieren. Meint ihr, man kann damit über die Straße fahren? Ich denke schon! Morgen steht es in den Nachrichten. Verrückter fährt mit einer fahrenden Bierkiste. Wie gesagt, es tut mir auch mega leid. Ich habe eure ganzen Kommentare durchgelesen. Ich konnte nicht allen antworten und es haben wirklich so viele Leute gefragt, was mit mir los ist. Und wie gesagt, hier das kleine Statement-Video. Aber ihr müsst keine Sorgen machen. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. So rum. Ich bin schon mega aus der Übung. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ich höre auf jeden Fall nicht mit YouTube auf. Wie gesagt, eine kleine Pause, weil ich wirklich viel zu tun hatte. Jetzt bin ich wieder da auf einer erfahrenen Bierkiste. Es macht mir einfach so unglaublich Spaß. Zu meinem Motorrad gibt es da noch nichts Neues. Ich habe noch keine neue Maschinen-Aussicht und mir blutet auch das Herz. Aber ja, da werden wir mal sehen, was in der Zukunft kommt. Ich hoffe ja, dass ich nächste Saison wieder auf jeden Fall dabei bin. Das Ding macht sogar einen scheiß Wheelie. Ja, Leute. Auf jeden Fall wird es zu meinem neuen Beginn, sage ich jetzt erst mal, auch ein Gewinnspiel geben. Ihr müsst auf jeden Fall bei Facebook oder bei Instagram mal nachgucken. Da stehen ja genauere Details. Es wird erst mal eine Cap zu gewinnen geben, Aufkleber und noch ein T-Shirt dazu. Also das komplette Teerbeißer Starter-Pack. Wie gesagt, das war erst mal nur ein ziemlich kleines Video. Wieder für den Anfang. In den nächsten Tagen kommt noch ein Video. Auch mit einem anderen Fahrzeug, aber wieder kein Motorrad leider. Und im übernächsten Video hoffe ich dann endlich wieder ein Motorrad zu haben. Beziehungsweise zumindest ein Motorrad Probe zu fahren. So, Leute. Das war es auch schon wieder mit dem kleinen Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mehr von der Bierkisse wissen möchtet, dann schaut doch mal auf Instagram oder auf Facebook vorbei. Vielleicht mache ich sogar ein Gewinnspiel mit diesem schönen Baby, aber da muss die Nachfrage da sein. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Ding gewinnen wollt. Beziehungsweise, ob jemand Interesse an einem Kauf hat. Das überlege ich mir dann nochmal. Ja, wie gesagt. Instagram und Facebook abonniert. Abonniert. Verdammt. Wie gesagt, Instagram und Facebook abonniert ihr mich. Und dann ist alles wie vorher. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ach, jetzt bin ich im Hängen. Hängen geblieben. Oh, ja. Bis zum nächsten Video. 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 Bis zum nächsten Video.